Dieser schicke und äußerst praktische Ford Transit Custom Trend L1 könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue eröffelt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelflügeltüren hinten mit Fenster und eine Schiebetür rechts erleichtern das Beladen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vorarlersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ESP, 2 Airbags, LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Das Kommunikationssystem SYNC 4 unterstützt Sie mit Kamera, Bluetooth und Radio. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Lissmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann sehen Sie uns auch beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.